Oh, ich bin... Ja, Entschuldigung. Wo waren wir stehen geblieben? Erzähl uns doch ein bisschen, wo wolltest du gerade hin? Oh, ich weiß nicht. Ich lasse mich meistens so treiben. Und es führt mich immer zu wunderschönen Orten. Wow, ihr habt ja eine Kamera dabei. Und erzähl uns doch mal, was machst du den Tag über deine Daily Routine, wie die Leute das so gerne nennen. Oh, na sowas habe ich gar nicht so genau. Ich stehe meistens immer dann auf, wenn die Sonne mich weckt. Aber an so bewölkten Tagen ist das manchmal erst um 15 oder 16 Uhr. Dann meditiere ich zwei oder drei Stunden in verschiedenen Hosen. Am liebsten im Liegen mit geschlossenen Augen. Und dann gehe ich meistens raus und lasse mich treiben, so wie jetzt. Ein Geheimtipp, den ich immer habe, um schlank zu bleiben. Ich stelle mir das Essen meistens nur vor. Das ist so crazy, was man mit seinen Gedanken machen kann. Okay, und wie heißt? Du möchtest uns verraten, wie du heißt? Namen sind einfach nur Konzepte. Nenn mich, wie du möchtest. Die meisten nennen mich... Verrückt. Fairytale Pappelbuff. Okay. Das habe ich gerade erfunden. Okay, dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Und ja, lass dich einfach mal treiben. Wir werden uns auch... Tschüss, ihr Lieben. Fühlt euch geliebt vom Universum. Ich hoffe, ihr seid die Besten. Tschau. Ja, tschüss. Okay, guckt mal, wen ich jetzt hier entdeckt habe. Oh mein Gott, ihr werdet jetzt mir nicht glauben. Was macht sie da? Ich dachte, sie sieht uns immer noch nicht. Okay, wir müssen nur dran gehen. Entschuldigen Sie bitte. Wir wollten Sie gar nicht stören. Was treibt Sie denn hier? Was ich hier gerade mache? Oh, da habt ihr mich erwischt bei meinem Naturritual. Ich versuche, mich mit all den schönen anderen Lebewesen zu verbinden. Das geht aber vor allem über meinen magischen Stab. Das ist ein ganz besonderes Ritual. Das kann auch manchmal drei bis fünf Stunden dauern. Aber die Zeit habe ich. Ja, das ist doch... Wie ist das denn? Moment, ich will auch mitmachen. Ja!